US-Präsident Donald Trump will trotz wachsendem innenpolitischen Druck an den geplanten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte festhalten. Wir geben nicht nach, sagte Trump in Washington bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Die Menschen müssen verstehen, dass unser Land von fast jedem anderen Land in der Welt ausgenommen wird, ob es nun Freunde oder Feinde sind. Das betrifft alle. China, Russland und sogar Menschen, die wir für wundervoll halten, die Europäische Union. In der US-Wirtschaft hat sich Widerstand gegen die Zölle von 25 Prozent auf Stahl und von 10 Prozent auf Aluminium formiert. Sie treibt die Furcht vor höheren Kosten und Engpässen bei der Belieferung mit den Stoffen um. Auch im Trump-Lager sind die Pläne umstritten. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, äußerte sich besorgt. Das neue Steuerreformgesetz hat die Wirtschaft angekurbelt und wir wollen diese Gewinne sicherlich nicht gefährden, ließ Ryan über eine Sprecherin ausrichten. Ryan kommt aus dem Bundesstaat Wisconsin, wo der Motorradbauer Harley Davidson beheimatet ist, den die Europäische Kommission für den Fall von Zöllen mit Gegenmaßnahmen treffen will. Vertreter der Wirtschaft dringen auf ein Treffen mit Trump. Dabei wollen sie ihm die negativen Folgen der geplanten Zölle für US-Unternehmen schildern, die Stahl und Aluminium verarbeiten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017